Ich bin Jan Rohrer, ich bin 17 Jahre alt und ich bin der Schweizer Kajak-Nationalmannschaft. Hier sieht man mich, wie ich täglich auf meiner Heimstrecke in Hünningen trainiere. Wir legen sehr viel Wert auf Technik und aber auch auf Physis, damit wir dann an den Wettkampf unsere Bestleistung abrufen können. Nach einer langen und harten Qualifikationsentscheidung habe ich die Chance bekommen, an der Junioren-WM in Italien teilzunehmen. Am meisten Spass beim Paddeln machen natürlich die Wasserfälle, weil diese auf einer Art wie eine Achterbahn sind. Das Tolle am Kajak-Fahren finde ich, dass man an einen Ort kommt, wo sonst niemand anderes sehen kann. SWISS LOS unterstützt mich auf meinem Weg an die Olympischen Spiele. SWISS LOS